Ja, ein Ruculantan ist von hier, ne? Ha? Das ist ein Time of Time. Time of Time. Einfach gegen. Oh mein Gott, was? Time out time. Ja, auf jeden Fall. Alter, was ist denn mit Jan heute los? Der ist schon dritte Wrestling-Tand. Schon? Ja. Und hat einmal getroffen. Jan, mach Time out. Hast Lied. Time out. Nutz deine Jumps. Was ist das? Ja, das ist einer von seiner E-Mann in Kassburg. Spam das P2F. Was ist das geilste? Wie ein Kopiepasta. Er ist ein paar Stunden. Hatten drei Stunden. Eine andere Stunde. Das ist eine ganze Stunde. Hör. 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 Ja, der Command funktioniert nur, wenn Dennis spielt, keine Ahnung, wieso nicht funktioniert hat. Oh mein Gott, was ist das für ein Beat von Chiam? Der andere hat noch 5 Minuten. Wieso geht das so rein? Brolyfan hat 3-2 gewonnen. Brolyfan kommt aus Kolumbien. Ja, also aus Kolumbien. Ich dachte Vatikan, der Priester der Spioten. Möglich, auch möglich. Oh mein Gott, Jan, du musst gebannt werden. Bei dir, Jojo. Bei sowas. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, wow. Well, one is still a lot in a minute and a half. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah, I was trying to say nice little, but... Yeah, my pronunciation is... Oh, shit. 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 That was actually unfortunate, I think. Come on. Come on. Come on. Do you wanna say that? What is this here? Oh, danke für den Zapp, das ist echt krass. Oh, das war so schön. 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 Oh mein Gott, das war eine sehr schöne Idee. Oh mein Gott, das war ein Schuss. Es steht immer noch 1-0? 2-0! Ich denke, ein paar Prozent ist weniger und er wird wieder wieder leben. Ich dachte, er wird es in der Mitte sein. Ich denke, er wird es in der Mitte sein. Oh 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 Nice wait Oh 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, they got up the box before at the game time. Yeah. Yeah. No timeouts. Yeah. Yeah. Oh, that's full shield. Yeah. Yeah. Was war das? Wir haben kein Pfeuer. Aber den haben wir noch. Soll ich keine Sprecher. Wir haben ja viele Sprecher gesehen. Was war der Sprecher? Ich meine, was war der Sprecher? Ich weiß nicht, dass ich es nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, dass ich es nicht gesehen habe. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, dass ich es nicht gesehen habe. Aber auch Stadion könnte sein, dass es ein guter Stadion ist. Ich weiß nicht viel über den Stadion. Ich glaube, das ist gut, weil Pitz kann ein Uppler. Ich glaube, das ist gut, weil Pitz kann ein Uppler. Ja, das stimmt, aber ich glaube, es ist sehr gut für Pitz, für einen Uppler zu bekommen. Für Puff ist es einfacher. Und Puff also hat Drill an Uppler. Ich glaube, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, vielleicht ein Doskabin und ein Uppler. Wir sehen uns. Oh, Dreamlander. Oh, was das Bound? Ja, das ist neutral. Das ist so weird, dass die Kounder ist auf YouTube. Oh, Bound Beach. Wie ein paar Kounder ist auf Domb Beach. Ja, das stimmt. Es ist ziemlich dominierend. Ich weiß nicht. Puff kann nach den Top-Drags und nicht die Schieb. Ja, das stimmt. Ich möchte euch alle ab, oder? Okay. Ah, he's batten in die Scheiße. Oh, das ist so safe. Ja, gut choice, Dreamer! Ok, das ist gut, okay. Ja, das ist richtig. Oh, er wurde stuck. Ich glaube, er wollte einen Job. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier ein bisschen mehr sein. See you next week? Ja, das wird super cool. Das war so weird. An Italien versus an American in Berlin. So weird. Was in American? Was in American? Oh, wirklich? Wir leben in Berlin, aber wir sind aus Texas. Ich dachte, es war in Deutschland. Wir spielen viel. A paar Jahre vorhin, wir spielen in ein paar Sätze, in Europäische tournaments. Wir leben in Berlin, aber wir kommen aus Texas. in Berlin. Ja, in Berlin. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Hohe? Ich verstehe. Ich verstehe. Aber das ist auch Marlen, wenn ich mich nicht mistaken habe. Ja, das ist Marlen. Die nächste. Ich denke... In der Bahnen. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist von Colombia, das ist so weird. Multinational. Das ist so großartig über Berlin. Es ist so international. Ja, glücklich, dass alle wissen. Und du kannst Englisch auch immer sprechen. Ja. Das ist so großartig. Wenn du kannst, dann schlaa geht. Das ist so großartig. Oh nein... Oh, das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Oh, oh! Sondern? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Nice weight, but also nice weight. Yeah, I don't know how. Game 5. Yo! Game 5 and so far no timeouts. Let's go. This one was actually a very quick one, only 4 minutes 45. Ha, 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 ha. Silver Scrapes. How long is this actually going? Actually, I think I'll play a few later. I was playing a few more times. Oh, that's crazy. That's a plot stream, man. Yeah, yeah. Completely crazy. Oh, I am lucky now. Oh, perfect. Oh, that's crazy. That's a plot stream, man. Oh, I am lucky now. Nice. Ha, ha, ha. Feiles Kommentar des Tages. Mhm. Bringe nämlich direkt Süntrücken ein. von den Füßen? Magdre, magst du auch eine? Let's go, Dennis! Das ist nicht so geil, dass Peach einfach nicht so schnell stirbt. Das macht mich richtig glücklich, dass sich so lange hält. Das sah bei Papp auch so. Dieser Weckobaum. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus mit den Bänden. Ja. Ja. WT2. so is that you have my brain but it won't let me do it I don't know Sometimes it works Why do you need this? It says you must start for this moment I can use the setting Ich glaube, was fehlt eigentlich jetzt 1.04? Das ist die Vorwahl, also die Postleitzahl von Bremseberg. Also der Anfang, diese Vorwahl. Krass. Der Chat spammt den Bird. Soll ich wieder für Peaches spammen? Was kannst du machen? Das habe ich vorher gemacht. Hast du was gebracht? Ja doch, da gibt es hier drin. Proof? Das ist so ein Puppet, oder? Nein, nein, nein. Alle ganzen hier sind geil. Ich glaube allgemein, so Puppet ist voll zurückgegangen in den letzten Jahren. Ja dadurch, dass Xbox nicht mehr... Früher hat jeder Puppet gehabt, so 2018 rum. Ja, wo halt jeder geforscht wurde, Puppet zu picken. Wo halt jeder Topplayer kommt. Ja, aber es war nicht nur auf Topplayer, so auch... Auf lokaler Ebene hat jeder Platz gekauft gehabt. Und mittlerweile ist so jedem egal. Jetzt ist es Marv Hate. Jetzt ist es Marv Hate. Ne, Fux Hate. Fux Hate ist nur Konsti. Nein, ich hasse Fux. Ja, du bist auch schon Konsti manipuliert worden. Das ist legitim. Oh mein Gott. Es ist legitim nur Konsti und Billy. Ich meine, es gibt Leute, die mögen Fox nicht. Aber es ist nie so ein Cutter. Fox Hate. Nee, aber Konsti ist eher Falk Hate. Er beschwert sich auch mal über Fox. Ja, aber du hast halt hier keinen Falk. Die beschwert es sich nicht. Seitdem ich hier bin, gibt es nur noch Fox Hate. Let's go! Die Charakterien, die am meisten gehasst werden, sind entweder Marv oder C.F. Schade. Ja. Das stimmt, das habe ich nicht so gut gemacht. Und Chic ist die neue Captain Fall. Nee, mich hat nur genervt... Chic war schon immer coolere Captain Fall. Mich hat das mit den Faxen... Oh... Ah, ich bin verwischt. Hat mich nur genervt, weil... Als ich die Urkunden für alle gemalt habe, war es immer so... Oh, das war eine andere Person, kriegt eine Urkunde. Hm, was für einen Charakter hat der? Ja, Fux. Es war einfach... Jeder war Fux. Konntest wenigstens Chic malen. Ich konnte Chic malen, deswegen habe ich da auch gleich drei davon gemalt. Also, da war noch jemand anders, der am meisten gemisst wird. Benno oder so. Ja, der... Oder am meisten... Alles dabei war. Das war es. Na ja. Most Mist und Most Tennis. Ja genau, Most Tennis. Und da habe ich ihn da... Also, ich habe drei Schickspausen. Die fand ich einfach die coolsten Pausen. Ähm... Dann habe ich für Bov Target einmal... Ähm... Rings gemalt. Und das war es. Alle anderen machen das so. Also, ich habe für Dennis und Konsti ja noch eine extra gemacht. Aber halt vor allem... Aber Stern. Sterni. Sterni. Aber die müssen nicht nur erschöpft sein. Von so einem Game muss man doch richtig erschöpft sein. Ja. Das dauert Jahre. Ne ja, weil man ist ja die ganze Zeit hochkonzentriert. Ja. Mhm. Oh mein Gott. Der hat da richtig tief rein. Oh. Dennis kann ja gleich gehen lassen. Okay. Und... Okay. Wow. 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 Prima. Wow. Prima Dennis. Richtig erkämpft wieder. Dennis ist dein Döner. Ja.